Hallihallo Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ja, ähm, ich, mein, oder mein Plan ist heute, dass ich ganz gerne den Räucherofen machen würde. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen erst einmal ein Feu... Nein. Ein Feuer. Wie machen wir ein Feuer? Nein! Wieso habe ich denn jetzt einen Bogen gebaut? Pfff, gut. Ja. Ich wollte keinen Bogen bauen. Ist cool, aber ich wollte keinen Bogen bauen. Ich möchte eigentlich erst mal nur ein normales, stinknormales Feuer bauen. Warte mal. Da. So. Wo machen wir den Räucherofen hin? Ich würde sagen, vielleicht so hier in der Richtung. Hier so. Da ist ein Hammer. Da ist der Hammer. Okay. Ich habe mich ganz kurz ablenken lassen, weil da ist der Hammer. Äh, ich kann jetzt nämlich ein... Transportmittel. Zack. Ich kann jetzt nämlich ein Flussruder bauen. Brauchen wir das? Ich glaube nicht. Ah je. Ich glaube tatsächlich, das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das brauchen wir, wenn wir segeln, ne? Fällt mir jetzt ein. Kann ich das wieder abbauen? Ich glaube nicht. Oh, kann man doch. Okay. Alles klar. Gut. Ja. Da habe ich gerade erst eben drüber nachgedacht. Das könnte ja auch einfach sein, dass man das nur braucht, wenn man segelt. Ansonsten haben wir ja den Motor. So. Stoff brauchen wir aber auch. Jetzt. Ist gar nicht verkehrt, dass wir das alles dabei haben. Ähm, um jetzt hier... War das hier? Nein. Nein. Hier. Den Röcherofen zu bauen. Ein Seil. Ja. Und wir brauchen ein... Da. Warte. Da. Ja, ich weiß. Nein. Eins, zwei, drei. Zack. Ähm. So, das außenrum. Und einmal den Räucherofen. Okay. Ich bin gespannt. Tatsächlich. Ähm. Ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich einfach mal ein paar Fische. So, den Hammer lasse ich dann tatsächlich auch hier liegen. Ähm. Stock. Der kann auch hier liegen bleiben. Den brauchen wir nicht. Ich nehme mal den Fischbär mit. Und dann hoffe ich, können wir tatsächlich ein paar Fische räuchern, ne? Ich bin gespannt. Vor allem bin ich auch gespannt, ob die da komplett rein müssen. Oh nein, die Insel sieht so leer gefarmt aus. Das ist echt gut. Oh, jetzt eigentlich, es stürmt schon wieder. Ach. Juhu, schon wieder ein Sturm. Wir können schon wieder nichts machen. Und ich kann hier auch leider nichts erkennen. Kann ich die fangen? Nein, leider nicht. Ach, diese Stürme nerven langsam, echt. Ich überlege gerade, kann ich die vielleicht sogar ein bisschen, ähm. Ich glaube nicht, dass ich die... Ähm. Übelkeitseffekt auf dem Meer. Okay. Fadenkreuz. German. Nein. Okay. Ähm. Das ist Grafik. Eingabe. Nee. Das ist auch nicht das, was ich... Okay, schade. Ähm. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht irgendwie die Stürme, ja, runterstellen kann. Aber geht leider nicht. Das wäre auf jeden Fall äußerst praktisch. Ich kann hier jetzt auch schon wieder nichts sehen. Ach, das ist doch doof. Die Stürme machen halt wirklich keinen Spaß, ne? Das ist... Und so häufig ist das mittlerweile. Das ist auch, ähm... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind auch einfach gerade keine Fische unterwegs, weil das ja gerade so stürmt. Das Problem ist halt, auch während des Sturms kann man einfach nichts machen. Gerade auf unserer Insel hier, wo wir ja nichts mehr abbauen wollen, ähm, sondern einfach nur noch leben wollen, kann man hier einfach nichts mehr machen, ne? Gut. Und ich würde auch ganz gerne was essen, aber... Tja. Geht halt leider nicht, weil... Wir kriegen nix zu essen. Weil wir einfach nichts erkennen können. Ich kann hier echt nichts erkennen, ne? Gut, ich könnte natürlich jetzt irgendwie eine Möhre fangen. So zum Beispiel. Bräuchten wir auch. Wir könnten aber vielleicht mal eine Fischhäuse fangen... Äh, machen. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Kann ich das Fleisch denn hier jetzt räuchern? Ah, und das sieht auch so aus, als wenn wir hier ein bisschen mehr... Ähm... Platzieren könnten. Ich würde aber für aber, glaube ich, ganz gerne einen einfachen Speer verwenden, um die Möwen zu fangen. Ähm, weil ich habe ein bisschen Angst, dass mein Speer kaputt geht. Weil der ist schon echt nicht so... Mit dem Leder, ne? Das ist halt nicht so einfach. So. Äh, achso. Dann können wir ja nochmal ein paar Möwen fangen. Die sich hier jetzt gerade niederlassen. In der Hoffnung... Dass ihnen hier nix passiert. Wie da vorne zum Beispiel. Na gut. Dann halt nicht. Hab ich da vorne gerade einen Stein gesehen? Oh, ein Stein! Gut, also das mit den Möwen fangen ist auch echt ein guter Plan. Merke ich gerade. Funktioniert super. Ähm... Aber vielleicht sollte ich mich wirklich mal mit den Fallen auseinandersetzen. Hier. Vogelfalle. Fischfalle. Zwei Schnüre. Mhh... Eins. Zwei. Achso. Ne. Oh Mann, ich hab schon wieder einen Bogen gemacht. Ernsthaft? Pah. Eins. Zwei. Mann. Das ist nicht mein Plan. So, Vogelfalle, Fischfalle mache ich einfach mal. Ähm... Haben wir hier irgendwo, wo die ein bisschen sicherer steht? Das Problem ist, ich weiß was, es wird ja jetzt gerade auch Nacht. Eigentlich müssten jetzt auch die Lichter angehen. Ja, siehste. Wie hungrig sind wir? Geht noch. Ich glaube, die Nacht werden wir noch überleben. Ich speichere einmal ganz kurz. Und schlafe. Und dann ist am nächsten Morgen mal hoffentlich endlich der Sturm vorbei. Ja, guck. Das sieht doch gut aus. Und dann können wir nämlich auch eine Fischfalle platzieren. Vielleicht wirklich hier vorne, oder? Mhh... Achso. Warte. Ich stelle mich nochmal hier hin. So, Fischfalle. Oder hier hin. Ähm... Ha. Siehst du wohl. Ich bin gespannt. So. Außerdem eine Vogelfalle vielleicht. Ähm... Dafür brauchen wir drei Schnüre. Äste haben wir. Aber auch nicht mehr so viele. Aber wir könnten ja vielleicht einen Vogel auch so fangen. Na, guck mal an. Nein. Der geht auch nicht kaputt, der Speer. Der andere ist kaputt gegangen, ne? Der verfeinerte Speer. Hm. Also wir brauchen auf jeden Fall neue Stöckchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ähm... Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die andere Insel fahren. Ja. Nein. Mach doch sowas nicht. Ja, ich weiß, dass ich was zu essen finden muss. Achso. Mann, ernsthaft? Schlechteste Jägerin der Welt. Darf ich vorstellen. Juna. Ähm... Ich würde jetzt einfach mal das Fleisch, was da drin ist, schon räuchern. Weil wir brauchen dringend was zu essen. Und vielleicht nehmen wir uns einfach nochmal hier so ein Fischbär. Zack. Und vielleicht finden wir ja auch einen Fisch. Wäre gut. Hier so ein zum Beispiel. Zack. Pasadimchen. Dafür kommt kein Hai jetzt. Ich weiß halt auch nicht. Wie nah die Haie kommen, ne? Zack. Zack. So. Ich hoffe mir ja so ein bisschen, dass ich die Fische alle räuchern kann. Und ich würde ganz gerne nochmal ein Hai töten. So. Gut. Dann lass uns jetzt mal den hier hinlegen. Zack. So. Gucken wir mal. Also eine Kleinigkeit haben wir schon mal gegessen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm... Ich weiß nicht. Kann ich die so? Nein. Okay. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, wirzehn, wirzehn, wirzehn. Okay. Wir haben ein bisschen übertrieben. Naja gut. Ähm... War so nicht der Plan? Oh. Ich weiß auch nicht. Bleiben die Fische denn auch so? Hm. Ah. Praktisch. Da können wir gleich mehrere Sachen auf einmal machen. Tage überlebt. 24. Oh nein. Okay. Vier... Vier Stück. Okay. Äh, nee, fünf Stück. Okay. Gut zu wissen. Der bringt richtig was. Da ist dieser komische, blöde Spieß da hinten. Der ist ja gar nichts dagegen. Praktisch. Okay. Ich lasse einfach mal die Sardine daneben liegen. Also, als erstes merken wir ja einen Räucherofen bauen. So, was machen wir als nächstes? Wir müssen auf die andere Insel fahren. Ähm. Zack. Nein. Nein. Ach, Mann. Heute ist nicht mein Tag. Zwei Bögen einfach unnützerweise gebaut. Naja. Was braucht man für ein Pfeil? Steinwerkzeug und das. Okay. Das macht vielleicht Sinn, wenn wir mal wieder auf eine andere Insel fahren und wir dort ein Schweinchen sehen oder sowas, ne? Ähm. Ich würde vielleicht ganz gerne. Zwei. Drei. Vier. Eins. Ähm. Kein Stöckchen mehr, doch. Hier sind noch Stöckchen. Zwei. Wir könnten auch noch ein verfeinertes Messer machen. Weil ich glaube, unser verfeinertes Messer ist auch bald durch, ne? Ja. Das hält nicht mehr allzu lange. Warte mal, das können wir machen. Ähm. Nochmal ein verfeinertes Messer. Auf jeden Fall. Und... Ein Pfeil. Und... So. Und... Ein Pfeil. So, und jetzt möchte ich das ganz gerne mal ausprobieren. Einfach nur. Wir haben drei Pfeile. Doch so viele. Mh. Praktisch. Schon cool. So, wo sind die Sardinen? Hier. Da packen wir dann nochmal die Möwe dazu, ne? So. Drei. Vier. Sehr schön. Praktisch. Ähm. Aber die Sache ist, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, tatsächlich jetzt, ähm. Ah. Ich glaube, das macht nicht allzu viel Sinn. Das wird auch nachher, ja, ich glaube, das wird nachher auch nicht, äh... Naja, geil. Hat keinen Sinn gemacht, das zu entfernen, weil wir sind satt. Ähm. Unser Sonnenschutz leidet gerade ein bisschen, das stimmt. Aber ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne mal auf die andere Insel wieder fahren. Den Bogen und Pfeil können wir eigentlich hier lassen. Brauchen wir nicht aktuell. Ist cool. Aber brauchen wir aktuell nicht. So. So. Ich gehe nochmal hier rein, um zu gucken, was wir denn heute so machen können. Also, ähm. Ich würde ganz gerne ein Lehmvorkommen haben wollen. Aber. Genau, also. Ich würde ganz gerne nochmal auf die andere Insel fahren. Ähm. Wie sieht das bei uns gerade aus? Sehr schön sogar. Und da würde ich gerne nochmal ein bisschen was mitnehmen, einsammeln. So. So. Die Insel dort vorne ist unser Ziel. Warte. Die. So. Ich hoffe, es zieht kein Sturm auf. Ich hoffe, das ist einfach nur wieder ein bisschen unruhig, das Meer. Aber ich denke schon. Es sieht eigentlich nicht nach Sturm aus, ne? Also. Es sieht nach unruhigem Meer aus. Oh nein. Es sieht nach dunklem Meer aus. Oder? Ich warte mal ganz kurz ab. Ich fahre weiter. Mal gucken, was passiert. Irgendwann werden wir auf jeden Fall in den Sturm reinkommen. Ganz bestimmt sogar. Irgendwann werden wir reingeraten. Dadurch, dass wir ja schon sehr viel am Insel springen sind. Irgendwann werden wir reingeraten. In einen schönen Sturm. So. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, weil ich glaube, jetzt sind wir ziemlich in der Mitte zwischen den beiden Inseln. Das heißt, jetzt müssen wir jetzt durchziehen. Zum Glück ist aber diese Insel nicht allzu weit entfernt. Ich würde aber immer noch gerne auf die andere Insel nochmal kommen, ne? Vielleicht machen wir das auch einfach gleich mal. Dass wir diese Insel als Ausgangsinsel nehmen. Und einfach mal auf eine andere Insel fahren. Weil hier haben wir uns ja eigentlich auch schon soweit alles aufgebaut, ne? So das Wichtigste haben wir hier auch. Warum leckt das Spiel schon wieder? Oh nein. Oder eben zumindest. Es leckt es ein bisschen. Oh nein. Weil hier riesengroße Wellen sind, deswegen. Wird es doch stürmisch? Ich hoffe nicht. Doch, da ist schon wieder ein Hai. Natürlich. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich mit... Oh, das ist ein Riesenschiff. Moment mal. Ich will das einmal ganz kurz angucken. Das ist ein... Ist das vom Schiff? Das ist vom Schiff. Und ein Hai. Aber... Das ist ein Schiff? Ach so. Interessant. Aber solange der Hai hier rumstromert, nicht so interessant. Na, nein. Es kommt ein Sturm. Was? Wieso kommt... Seit wann ist da eine Riesenkrabbe? Moment mal. So war das aber nicht abgesprochen. Moment mal. Was macht die Riesenkrabbe auf meiner Urlaubsinsel? Halt, Stopp! Ach, Kumpelmensch. Was machst du hier? Sind hier auch wieder zwei Kram? Das wäre ja perfekt. Das heißt, die spawnen auf jeden Fall nach. Alles klar. Gut zu wissen. So, komm mal her, mein Kumpel. Au, das hat weh. Au. So. Komm mit. So, Krabby. Gucke mal. Kommst du zu deinen kleinen Freunden. Riesenkrabbe einfach schon wieder, ne? Das heißt, es kann sogar sein, dass die blöde zweite Riesenkrabbe hier auch noch irgendwo auf dem... unterwegs ist. Ich geh mal die Insel ab und guck mir das ganze Schauspiel hier mal an. Ob ich hier durch Zufall... Na, natürlich. Na, guckst du dir das Meer an? Aber wir haben Abendbrot, also so ist das schon mal nicht. Gucke mal. Vielleicht? Weißt du was? Ich mach hier auch einfach nochmal so einen Räucherofen. Ich find das super. Das Konzept des Räucherofens. Einen Stoff. Hm. Ich hab jetzt so auf die Schnelle hier keinen Stoff. Hier waren aber auch nur zwei Riesenkrabben, ne? Hier waren nicht irgendwie drei oder vier oder so, sondern hier waren nur zwei, glaub ich, ne? Okay, das heißt, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, auf andere Inseln zu reisen. Wo Riesenkrabben unterwegs sind oder Schweine oder was weiß ich was. Weil die werden irgendwann nachspawnen und uns wieder angreifen. Okay, gut zu wissen. Okay. So, ich glaub das waren die drei, ne? Ich geh nochmal so ein bisschen hier den Strand ab, auf den Büschern. Weil auf den Büschern kann uns so schnell irgendwie nichts, äh, Riesenkrabbenmäßiges angreifen. Sieht aber alles gut aus. Sehr schön. Okay. Also, ich würde ganz gerne, ähm... Einen Stoff brauchen wir. Hoppala. Ähm, wir brauchen... Das haben wir. Drei Stöckchen und ein Seil. Okay. Ein Seil. Drei Stöckchen. Eins, zwei, drei. So, natürlich. Ah, nee, okay, geht. Dann würde ich nämlich jetzt ganz gerne... ... müssen wir die anmachen, und zwar hier. So, dann einmal kurz, äh, die Krabbe häuten. Kann ich das... Oh, das geht sogar. Also, die Sache ist, wir können ja hier drauf einmachen. Wir können da drauf aber auch drei, vier, fünf machen. Das interessiert halt keinen. Also, Fleisch. Und, äh, deswegen finde ich das äußerst praktisch. So. Es sind einfach die Riesenkram wieder da. Ach, ja. So. Das haben wir... ... die Pipi-Pflanze. Ja, genau. Hm. Hm. So, einmal Gegengift produzieren. Zack. Auch hier hinstellen. Haben wir jetzt noch einmal eine Pipi-Pflanze dabei? Nein, okay. So. Hört der Sturm endlich auf? Wie spät ist denn das? Es ist sowieso gleich schon wieder Nacht, ne? Es lohnt sich jetzt nicht, irgendwie was zu machen. Na gut. Mittelkrabbe-Fleisch. Ich würde da ganz oben die Schwimmkörper ganz gerne nochmal mitnehmen. Auf unsere Insel. Weil dann können wir nochmal unser Fluss ein bisschen vergrößern. Also die größten Palme haben wir, glaube ich, schon alle gefällt, ne? Hier, guck mal, hier ist nochmal eine relativ große Palme. Die nehm ich auch nochmal mit. Hier haben wir halt so ein bisschen unser, unser, ja, Holzlager, ne? Habe ich fast gesagt. Die Sache ist, ich habe ja überlegt, auf eine andere Insel von hier aus zu reisen. Ist cool, ja. Aber, wenn das große Problem, ähm, wir haben ja nichts, womit wir uns verteidigen können. Außer tatsächlich diesen einen Speer, ne? Hm. Ich würde dann vielleicht nochmal ganz gerne Pfeil und Bogen herstellen. Wie gehen das nochmal? Pfeil und Bogen. Wir haben zwei Bögen auf der anderen Insel liegen, ich weiß, aber... Guck mal, ein Seil. Seil ist ja jetzt nicht unser Problem. So. Und hier mache ich jetzt einfach mal einen Bogen. Zack. Dankeschön. Wie sieht das aus? Hungrig mäßig? Ne, sieht eigentlich ganz gut aus. So, einmal speichern. Und, äh, da legen wir uns gleich schlafen. Aber ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Und ich sage Tschüss. Tschüss. Junge. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020